Oh, hier ist direkt ein Gem. Ich bin noch nicht mal da. Willst du mich verarschen? Fraudige Felder haben wir. Gut, auf jeden Fall. Ich finde ja die ganze Zeit dieses Scheiß-Kabel vom Headset hier. Oh, hier ist die. Oh, der Doktor. Nein. Nein. Der kommt direkt hier hin. Ich schreie direkt. Oh, er ist direkt hier mit der Wecke. Ich schreie alles klar. Das Mikrofon ist direkt im Weg. Ich muss mal gerade... Was ist dieses fette Mikrofon eigentlich? Ja, das ist immer kacke. Aber ich will halt nicht mit meinem Headset streamen. Weil ich finde das halt nicht so geil, ne? Ähm, Leute, passt der Sound? Ich glaube, Filme müsste genauso laut sein wie ich. Und... Au, auf! Alter, ich werde einen Baseballschläger. Au, auf! Ach, danke, Hinde. Ein Baseballschläger? Ja, ich habe einen Baseballschläger. Ist er doch auch. In der großen, leeren Halle. Stream ohne Zuschauer. Also, also wenigen Zuschauern. Alles ein bisschen laut. Guck mal, Filme, du bist laut. Ich muss dich gleich mal leiser machen. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh, ich habe bei Time of 3, Alter. Ich habe gestern 3 bekommen. Oh, Time of 3. Geil, habe ich auch. Hayley! Na, Hayley? Also, ich habe deinen Namen gesehen und du hast nichts geschrieben. Ich weiß. Ich bin so ein kleiner Starker. Starker bist du? Ja. Aha. Ich schreibe sie auch schon. Wow, warum musst du im Keller liegen? Hängen. So weit, weiß ich nicht. Ich muss gleich irgendwie mal, mein Mikrofon wegräumen. Also, anders hinstellen. Ich bin sehr wenig laut. Ja, mache ich gleich. Dann bin ich halt leiser. Ist okay, ist okay. Sag ich halt nichts mehr. Scheiße. Meine Engelsgleiche Stimme nicht hören möchte. Ja, das ist jetzt kacke. Ich habe noch nicht geschrien. Nicht, wo er ist. Ups. Party. Ist er noch bei dir irgendwo? Äh, ich habe Herzschlag. Ziemlich harten Herzschlag, aber... Also, sehr, sehr. Da ist er noch da im Haus. Ja, oder es liegt an dem... Gott, ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist ganz nah. Ja. Hä? Der unten ist auf jeden Fall nicht. Er steht hier und wartet. Nice. Erste Runde? Er ist ein Kämpfer, ja. Dann mach mal Jens und dann... Ja, alles klar. Äh, Jens, warte, erstmal mache ich dich leiser. Ja. Wenn das... Ähm... Weißt du, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. So einen richtigen Camper. Ähm. Aber er hat den falschen Purp mit ihm. Fehlt noch was. Ja, die CD ist. Ah, das ist scheiße. Ich muss ja immer ein Handy kurz auf mein Kabel legen. Ähm... Da hinten. Versucht jemand zu dir zu kommen? Nö, nö. Nö, nö. Oh, fast fertig. Kiste. Ja, bitte, die anderen auch noch. Voll sterbe, bitte. Ich brauche die Punkte. Ich habe es toll. Warte, macht doch gerade irgendjemand einen Jengard. Ja, einer macht einen Jengard. Eine macht Toten. Eine macht... Eine Kiste. Kiste, genau. Du warst eine Kiste. Der hat Jeng. War der schon an? Der hat die Jeng noch bevor ich sterbe? Nein! Nein, ich weiß auch nicht, wo er ist. Der hinten ist noch einer. Der andere. Ja. Ja, oh mein Gott. Der hat noch einen Jeng. Äh, so gar nicht so schlecht. Er hat sich gelobt, mich zu kämpfen. Oh Gott. Hier ist die Sackgasse. Ähm. Gut, ich hoffe, er kriegt gleich mal ein anderes, wenn nicht mich. Ja. Gut, ich gehe mal woanders hin. So. Fünf Zuschauer. Nice. Bei DBD. Hm. So. Warte, wie viele, wie viele... Verstört, beständig, Barbecue, brutale Stärke. Wie viele Jens müssen... Ach, da. Fehler. Wir kommen jetzt nicht hierher. Oh, ich hasse es. Ich werde es eh verkacken. Wenn, äh... Das Skillschampion das ist. Hi, Sanjina. Der einzig Blaue hier. Mit der Schrift, die man gut erkennt, wenn er schreibt. Nächste Weltkrieg. Schön. Aber wie dumm ist er denn? Hallo, war schon. Ja, auf jeden. Ah, wie dumm, dass er dich... Ja. Ja, wahrscheinlich hat er schon einfach alle Tokens. Das war nicht. Er ist auch ein Fix-Singer. Uh. Aber er spielt nicht. Was? Wollte gerade sagen. Ähm. Ja, sonst ist es glaube ich ziemlich langweilig. Ich bleibe erst unterwegs, oder? Nö, er steht vor ihr. Ja gut, dann gehe ich jetzt raus. Dann können wir gleich nächste Runde starten. Jo. Würde ich jetzt mal sagen. Nice. Oh, du hast vier bekommen. Vier. Ja, ich habe vier bekommen, genau. Ich glaube, ich nehme mal deine Farbe. Ja. Lass sie bitte auch so. Wenn alle orange haben, dann schwierig. Ich glaube, Tommy, äh, Tommy, sag ich schon. Tommchen hat er auch orange. Was war das nochmal für ein Battle? Gotti, Hendrik, Tormchen und... Ich hatte zuerst orange. Hallo? 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 Du hast auch orange, was? Ja. Aber ich habe es zuerst. Geh raus. Tschüss. Ich muss... Ich muss drei Gents machen für meine Aufgabe. Okay. Ich bin grün, aber es ist nur orange. Scheiße, mein Leben. Ich muss wahrscheinlich refreshen oder so. Refreshen. Was meinst du? Ist grün? Ja, ne? Ja, ist grün. Ich bin grün eigentlich. Ja, bist du auch. Echt? Bei dir bin ich grün? Also, ich habe meinen Shepard offen. Ich habe jetzt nicht direkt den Stream da. Meinst du, es kommt dann... Ähm... Ähm, 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 ähm... Beim Survivor war ein Vibe oder ein Kerl? Was denkst du? Obwohl es kam letztens ein Vibe. Ich denke mal ein Kerl. Ne, ne, ne. Überleben da. Ja, ich denke auch, es ist ein Kerl. Weil ich glaube... Oh, the ghost. Oh, nein. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Mann, du Wichser. Ich kam irgendwie mit dem Geist überhaupt nicht. Klar, wirklich. Ne? Ja, komm. Oh, ich habe sein Totem gesehen. Deswegen würde er mich nicht bestimmt sterben sehen. Äh, in meine Richtung. Da ist das Totem. Oh, ihn? Weiß nicht. Shit. Oh, er kriegt mich. Geht doch nicht. Bam, 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 bam. Guck mal, ob es wo ihn ist. Ja. Oh, der hat einen Lampen im Kopf. Das ist eine Kerze. Eine Kürze. Die sind gerade einfach in den Keller gelaufen. Oh, shit. Oh, moin. Nein, da bin ich da... Oh, Gott. Nein, du liegst da. Ah, ich hänge. Fuck. Ja, wo ist denn sein Totem? Ähm. Wo genau weiß ich gerade auch nicht mehr? Hier in der Ecke war es, wo ich weiß. Hi. Hallo. Nein, eher so nach außen. Ja. Sind doch hinter mir, in die, ne? Ah, hier. Julia ist hintermandert. Ich bin da, Nathan. Nathan. Den Geist. Ich habe letztens gegen den richtig verkackt. Ich weiß nicht. Irgendwie, wenn er, besonders wenn er diesen Sprintboost hat, ne? Ist gleich Ripp für mich. Ja, du bist nervös. Das stimmt. Gehen wir da rein? Machen wir den Gender weiter? Ja, ich bin doch hier. Hast du schon da drin? Okay. Hallo. Ach so, das war die andere. Ich habe gedacht, das bist du. Oh Mann. Da kommt der heute übrigens. Ja. Ah, bei der anderen ist mir egal. Ich zoome jetzt einen neuen Gen. Ähm. Da hinten ist auch einer. Ich glaube, der war jetzt Hälfte oder so, unserer. Muss ein Objekt, ein Objekt zusammenkommen. Muss ich noch irgendwie. Du musst halt noch einen ganzen Gen machen. Ne, zwei. Zwei. Der andere war ja schon angefangen. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Noch zwei. Obst du dann noch keinen Gen geschafft bis jetzt? Wow. Aber Ruin ist ja jetzt wenigstens weg, ne? Und es hingerst einer. Wow, ist Fred ein K. Früher hat mich immer noch, dass es Cocktail-Gems sein soll, obwohl die eine Slush-Maschine drauf haben. Ah, ist das eine fucking Slush-Maschine? Ja. Ein Cocktail. So ein Cocktail würde ich noch nicht trinken, der so neonfarben, radioaktiv leuchtet. Also ist ziemlich krass, wenn die Slush-Eis als Cocktail verkaufen. Oh, nicht schlecht. Ja, verarschen. So kriegt man auch ganz schön Geld. Oh, ja. Oh, wenn wir mit dem Gen jetzt fertig ist, ist es weit. Nice. Ah, der. Gut, dann mache ich jetzt mein hier fertig, das überhälfte. Dann machen wir den im Haus fertig. Easy. Wo bringt der die denn hin? Ja, das ist eine Mia, ne? Als ob sie sich nicht freigewildet hat. Vielleicht hat er ja Dings. Also in der Griff und so. Das ist eine Mia, ja. Nathan ist eine Mac. Eine Mac, also. Er geht ins Haus. Ui, aua. Und er ist bei dir. Er ist bei mir. Hä? Er schlägt aber ganz schön schnell hier. Er ist auch ein Geist. Und ein Arsch. Du bist. Wow, leckt er. Gerade? Echt? Ja, gerade schon. Oh, nice. Waren nochmal, äh... Keller? Oh, ich fähre gerne im Keller. Nein, er hat den fucking... Oh. Hi. Hallo. Hallo. Ich komme bestimmt nicht zu dir. Nee, nee, bestimmt nicht. Ich rette dich jetzt mal nicht. Ähm, ja, mich rettet noch keiner. Nee. Aber kommt jetzt jemand? Kommt er gerade zurück? Ich weiß nicht. Ach, er ist hier bei mir. Alles gut. Er kam von der anderen Seite. Äh, schaffe ich es hier im Bruder zu springen? Ich hab auch noch kein Mal Bandstand, den ich benutzt. Lieber ist das Haus. Da kannst du so gut mit dem Killer rumlaufen die ganze Zeit. Ja. Ah, shit. Warum kommt der jetzt hier raus? Hö, hö. Ich bringe ihn aber mit. Okay. Oh, fuck. Ja. Verpackt. Alles klar. Oh, shit. Ich dachte, er ist bei dir. Ja, als du es verkackt hast, ist er glaube ich, dass du dir egal bist. Ah, shit. Egal. Ich hab ganz vergessen, dass er das hier hatte. Überladen, meinst du? Genau. Ich hatte auch letztens einen Freddy, der da auch überladen mit ist. Das war so geil. Oh, Keller. Okay, danke. Oh, der macht keinen Cocktail-Gen. Was? Alter, ich hasse ihn so sehr. Ach, klar. Hallo Spoof. Guten... Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist, äh... Oh, komm, kann man guten Morgen sagen. Die Kiste hier. Alle hier, ne? Die sind getroffen. Easy. Ach. Geht, Jack. Ja. Komm mal zu dir. Sag. Ja, moin. Verfolgt ihr mal anderes? Ich glaub... Nee. Ach schon. Ich heil dich mal, oder? Ja, komm. Komm, heil mich. Ist doch egal. Keller ist immer clever. Yolo. Keller ist immer schlau. Oh, ich glaub. Uh. Nee, wird nix, oder? Oh, shit. Oh, shit. Ja, ähm... Ja, ist gut. Was? Alter, hat mich gar nicht getroffen. Ich liebe es. Es ist so krass. Da war bestimmt noch 20 Zentimeter Platz. So. Ich hasse den Geist in mir wirklich. Egal! Nein! Sie hat einen Schein. Da wärst du fast fertig gehalten. Alter, ist die dumm. Sie hätte mich aber zu Ende halten können. Dann packen sie mich noch. Na ja, wow. Was ist das hier? Ich bin jetzt gleich groß, um so schlechten Leuten zu spielen. Ich bin neun hier. Nur du bist ein Kind zu. Bitte, bow your time, bow your time. Wie soll denn hier keiner bow your time, Mann? Ich hab bow your time. Oh ja, schön. Ja, block, block. Ich kann nicht blocken. Toll, ich komm hier nicht raus. Ich bin... Nee, ich bin so tot. Ich bin tot. Ja. Aber wie krass ist das denn? Er hat mich gar nicht getroffen. Schon wieder nicht. Warum haben die das so krass gemacht? Das ist echt unfair. Das ist natürlich auch übel. Die Kinder sind so stark geworden. Warum hat denn keiner hier bow your time mit, Alter? Oh, what time? Du willst es ein paar... Zwei... Zwei Gens mal. Ja, zwei. Zwei Part-Gens mal, ja. Nohnt sich gar nicht. Ich weiß. Und der eine wird geschlafen. Ich hab meins geschlafen. Das ist okay. Ich muss immer reinkommen. Oh Mann. Ich muss sabotieren. Alles klar. Ich bin da richtig schlecht drin, aber alles klar. Die andere kann ich retten. Ja, perfekt. Halt. Das halte ich mich selber. Nee, ist egal. Die Behinderat. Kannst du vielleicht mal die Küste schnappen. Ja, aber mach ich das auch gleich. Wobei, ich geh erst rein. Vielleicht ist eine Medici drin. Ja. Ja, dann komm ich zurück und ich sterbe. Ich sag dir. Darf ich mach mal mein... Mein... Das ist ein bisschen größer. Das ist ziemlich klein. Das. Ja, perfekt. Das ist ein bisschen zufällig, aber was soll's. So. Mensch, du hast da ein richtig geiles Werkzeug-Deam bekommen. Ja, cool, ne? Ein gelbes. Hey. Wir schaffen das hier auch nicht raus. Nö. Wir sterben ja alle. Ich sag dir. Oh, die Küste. Oh, Alter, mach die Küste. Und das Totem. Will ich alles davor machen. War lecker, aber echt ein bisschen. Ja. Beim Auszeigen und so merken wir. Oh, der hat sie. Ich gar nicht. Ach, er liegt ja auch. Stimmt. Ja. War eben kurz nicht da. Oh, da ist direkt ein... Zen. Oh, er ist mein Totem. Ja, ja, die Punkte. Ich mein, ja, wegen Nö, ne? Ja, deswegen Nö, das ist, äh, und so. Ja, ja. Er hat aber schon ein Baby-Kiru. Ja. Weiß, das darf ich auch nicht mehr. Weißt du, da kommt er sofort zurück, wenn er sieht, du machst ein Totem. Jetzt aus dem Maul. Ja, ich mein das schon. Doch, nee, nicht mich. Ich kann ja mal gucken, was er für Perks hat, ne? Ja, der hat ein Barbecue. Ähm, Barbecue. Ja. Beständig und überladen. Natürlich auch Ruin gehabt. Mori hat er ja. Stell dir doch einen Mori. Bei allen, nur? Ein Gelbes. Äh, ein Grünes. Grünes? Warum holt der da keinen? War nochmal genau das Grüne. Ich weiß es halt nicht mehr. Oh mein Gott. Ich kann es jetzt nicht lesen. Jetzt hat es einen Bug. Ja, toll. Du bist gut versteckt. Das ist eine... Ich dachte gerade. Ach nee, es ist die andere. Ja, wie war es denn mit dem Zapf? Such mal ein bisschen die Hedge. Ja, ich muss nur zu seinem Terroradius. Gleich rippieren. Oh, ich weiß, ob ich nah genug bin. Ah, so kacke, dass der unsichtbar ist, ne? Ja. Sehen halt wirklich nie richtig. Aber die hatten es noch nicht überarbeitet, ne? Da oben ist er drauf. Da oben, ja. Nee, ich renne einfach. Es ist mir zu langweilig, hier rumzuschleichen. Ja. Wenn du stirbst, ist es halt so wunderbar. Ja. Lecker, lecker. Ja, lecker. Lecker, lecker. Ah, okay. Meine Paleto. Lecker. Ja. Oh, ja. Schick, schick. Falls. Also ich habe sie halt auch wirklich nirgends wo gesehen. Aber ich war ja auch schnell tot, ne? Ich war ja die erste, die tot ist. Ja, okay. Ja. Stimmt. Die leckst es gerade richtig. Ich lecke? Ja. Was? Oh, hallo. Wer hat sie nicht gefunden? Alles klar. Nö. Alles klar. Easy würde ich sagen. Easy, peasy. Easy, ne? Der Stein. Ach, Mensch. Der gute alte Stein. Ah, GG. Komm. Komm, ausnahmsweise.